Kaurupara Bhujangasana ist die Kobra auf den Ellbogen, mit anderen Worten die Sphinx. Von der Bauchlage ausgehend hebe den Brustkorb hoch, gib die Ellbogen so auf den Boden, dass die Oberarme senkrecht stehen, gib die Unterarme in etwa parallel auf den Boden, Handflächen am Boden, zieh die Schulter nach hinten, wölbe den Brustkorb nach vorne und schaue dabei nach vorne. Das ist Kaurupara Bhujangasana, die Kobra auf Ellbogen.